Hey Leute, ich zeig euch heute, wie man zu Cat Noir aus Miraculous in Brookhaven wird. Dafür braucht ihr erstmal den Code 111-22-108086. Als nächstes braucht ihr 1143-48-19923. Dann 111-2164-2764. Dann braucht ihr noch 111-216-29260. Als nächstes 1143-4850-108. Okay. Dann 801443-7908. Und zu guter Letzt 11778-285-207. Dann muss ich auf jeden Fall nochmal mein Gesicht anpassen. Eigentlich fast perfekt, sogar mit Plek dabei. Nur meine Schuhe passen nicht, aber das muss ich dann außerhalb von Brookhaven nochmal anpassen.